Pater Scully, unsere December-Boys. Alles Gute zum Geburtstag. Danke, Pater. Da ihr alle im Dezember Geburtstag habt, habe ich beschlossen, euch auf eine Reise zu schicken, an einen besonderen Ort am Meer. Es gibt Ereignisse, die für uns den Verlust der Unschuld bedeuten. Hey, seht's mal! Wer zuerst am Film ist? Wir wussten es damals noch nicht. Wir haben euch schon erwartet. Doch nach diesem Sommer sollte nichts mehr so sein wie vorher. Ihr mögt sicher Abenteuer, oder? Ja! Er zuerst. Gehst du schon? Bist du eins von den Waisenkindern? Ja. Ich heiße Lucy. Die suchen verzweifelt nach einem guten Zuhause und sie wünschen sich verzweifelt Kinder. Sie adoptieren einen von uns. Sie nehmen den, den sie am meisten mögen. Was ist überhaupt so besonders an Eltern? Meint ihr, adoptiert zu werden wird irgendwas besser machen? Wir brauchen niemanden. Wenn du meinst. Wir sind aber nicht so alt wie du. Ja! Das war dein erster Kuss, stimmt's? Ich kann's dir zeigen, wenn du willst. Hey, hey, Jungs, Jungs! Du hast nicht das Recht, unser Vater zu sein. Ihr schreitet euch wie Brüder. Wir sind Brüder. Alle für einen, alle für alle. Dezember, boys! Wir sind jetzt! Untertitelung des ZDF für funk, 2017